so herzlich willkommen wieder zurück wir werden so weiter in folge an charter 3 und ähm ja letztes mal musste ich die aufnahme etwas unterbrechen abrupt und heute können wir weitermachen ich leg mich direkt mit einem fucking boss an so der geht hoch mill alter mill alter mill yo alter zwei bomben holy shit alter ach so was läuft mir hier vorne im gefecht herum wow müll ich habe keine bomben ich habe keine muni ich habe nichts bin da übelst down boah unser sniper nein alter holy shit was ging denn da jetzt gerade ab ok das wird echt ein fettes battle das ist ja fast schon näher endfight also wir da oben sind ja noch nicht was was junger was willst du von mir alter ich stehe hier bastard alter ich nehme so deine waffe ab alter ich gehe nochmal hoch meinetwegen waffe da auch keine natürlich aber brett hat mich voll mit seinem scheiß geschock ich nehme das jetzt an die mit dann müssen wir schauen dass ich hier an muni herankomme ansonsten wird das ja nicht wow dude Was? What? Was ist das für eine Waffe? Der eine springt ja herum wie sonst einer oder andere schießt hier mit irgendeiner Waffen, die One-Hit machen. Das ist ja übelst übertrieben. Schwierigkeitsgrad Hardcore müsste man hier einfügen. Alter, das Eben ist ja so stabil. Ich hab auf PC oder sowas wäre das übelste Hammer. Aber das Game gibt es halt nur für Kondolen. Okay. 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 Ah, die Waffe ist leer. Boah, 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 boah. Okt mal, boah, 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 boah. Null Muni, null Schuss weil alle irgendwo auf einem Fleck herumcampen und ich da nicht hinkam, weil die alle hier respawnen. ach Junge ich nehme jetzt hier die Mikro die sind alle unterwegs er hat sich hier selbst hochgejagt ist der für geisteskrank wieso macht denn der so viel damage Bombe komm doch her du wo ist denn er jetzt ich gewarte du Bastard Gott sei dank oh man oh man oh man jetzt muss ich aber erstmal hier alles plündern das könnte jetzt ein bisschen dauern hallo das Ding brauchen wir nicht aber ganz oben auf der Spitze da wird sicher noch was liegen oh was haben denn die alle für Waffen gehabt dann ist alles nur Sniper für Sniper kann man den hier bitte einsetzen so aber mehr Muni hatten ja auch nicht weil die hatten wahrscheinlich alle nur so 10-20 Schuss die haben das ganze wahrscheinlich auch gleich verschossen und die meisten haben eh nur irgendwelche Kackwaffen gehabt aber die so stark sind aber mit denen kann ich einfach nicht spielen also Bomben sind voll das ist eh gut so wohin müssen wir denn jetzt als nächstes was ist hier drin nichts ok ist hier irgendwas hier oben noch ok ich würde mal hier ja jetzt hat man natürlich die Snipe gut gebrauen können das wäre vielleicht optimal gewesen hier ist nichts ah ok sieht aus als hätten wir es gleich ja ich werde ich klettere hoch und helfe dir dann rüber ok halt mir den Rücken frei mach ich hey was zum was machst du Elena hör zu verdammt ich hätte mir denken können dass du was vor hast nein bitte seien wir ehrlich die Chancen stehen eins zu einer Million ich hab dich schon mal fast verloren du wirst mich nicht verlieren ich packe das nicht nochmal schnapp dir den Wagen da drüben und verschwinde von hier ok na mach schon du hast nicht viel Zeit du hast nicht viel Zeit geh ok ok ja wie ist das war ähm bled was geht das direkt los hier wow 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 oh moin Freunde hey ähm war klar ich weiß jetzt nicht wie viel Zeit ich hab dafür vier Schuss warum hab ich jetzt wieder solche wow na klar hinter mir ist einfach einer der spawnt da einfach natürlich das ist er einfach mal übelst fair hingegen zu seinen Spielern wie wenig wert kann man denn auf einen Spieler legen hier sowas müsste man hier mitnehmen das ist das ist eine Waffe hier guck dir mal an wie ich die wegrasierte mit nicht so eine Pimmelpistole mit Schalldämpfer alter Junge ich hab ja gerade die übelsten Waffen raus gekramt hab extra alles abgelaufen und eingesammelt und jetzt dann auf einmal kommt er mit solche Müllwaffen die er vom Staat noch hat das Kapitel ist also ich glaube es ja nicht so der wartet natürlich auf mich ich weiß aber nicht wo ich da jetzt hin soll hier ist ja nichts mehr offen hier ist zu wow holy shit turbo wow 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 da sind wir wieder drauf das ist jetzt da ist das ist ja jetzt erst mal warten wer weiß wohin der fliegt kapitel 17 berliner passagier ja ich glaube die werden aber trotzdem schon wissen dass wir hier an bord sind also ich vermute mal anscheinend dass das hier wird jetzt hier nicht so gut ausgehen ja das habe ich ja erahnt warte 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 da müssen wir das in der kombos heraustellen denn solche hunde da vor die wüste da unten ist sehr schön so feige scheiß stück schweine guck mal ich schweb dich weg tipp was was ist denn da vor allem holi schiff der ganze flugzeugwetter eigentlich in der geräumt was zum teufel nein 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 du scheiße also jungen da schießen doch der typ danke man sieht sich unten alter alter kollege ich glaube es ist auch nicht die gelegenheit gerade zu schießen sondern jetzt volles feuer faktweise kabel im weg ich nehme das einfach mal mit Müll hier kommt ja überall Müll angeschleppt alter die ganzen Kisten verschieben sich wo soll ich denn hin guck mal da steht einer der kommt gleich von der linken Seite und die Muni ist halt guck mal hä das ist durch die Kiste gegangen what what okay das ist ein bisschen ein try and error mit 27 Schuss in Gepäck das ist halt nichts man muss halt aufpassen dass da nicht wieder einer von durch die Kisten kommt ich glaube ich brenne irgendwo hier ne das ist glaube ich hier nicht so fein oder hat er die scheiß kackisten man aus dem Weg ich bin ja am arbeiten nein boah du bist so geisteskrank du Hund irgendwas ist hin okay der fliegt dann von der Luft oh da ist ein Loch in der Dunkel hier also hier das ist jetzt ein bisschen wild was stellen die denn an what ähm ich habe ja keinen Fallschirm ähm was ist jetzt blöd ich ähm boah greif einfach mal die Kiste wow alter ähm na komm ja hu 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 jetzt nur nicht loslassen einfach nur festhalten und warten bis die Kiste sauber landet alter also wenn der Typ da drinnen ist oder Sully oder wer auch immer die sind tot kapitel 18 die rup al kali hier ist ja nichts in der gegend die Wüste ist einfach Kilometer lang so fett ich warte jetzt einfach bis wir landen jetzt hab die schon in kapitel 18 auf einmal sind das so schnell ging aber in kapitel noch nie um und so schnell ging das auch mit nem flieger nicht hier also das ist ja hier echt also wow holy shit äh ich kann jetzt nur mal rüber gehen ich hab keine Waffen vielleicht ist das Wasser im ich hab keine Waffen 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 Großartig. Dann mal los. Dann mal los. So, ich muss jetzt weiterspielen. Ich habe gerade gedacht, ich muss jetzt hier irgendwie ausharren. Naja, willkommen beim Wüstenwalk Simulator. Wir gehen heute 20, 30 Stunden durch die Wüste. Und ja, schauen wir mal, was passiert, wo wir rauskommen. Und seid gespannt. Wenn irgendwo schon rauskommen, irgendwo wird mal hier vielleicht ein Dorf oder sowas sein. Man weiß ja nicht. Ich kann eigentlich nur hier weiter nach rechts, außer den Stick nach rechts, mehr nicht. Ich gehe einfach zurück. Es gibt keinen zurück. Ich kann nicht mehr zurück, okay. Schade. Ich glaube, es wird dunkel. Oh. Oder nicht. Es ist schwer wahrscheinlich hier herumzulatschen. Irgendwie viel Tonnen an Sand hier sein müssten. Da vorne ist irgendwas. Dann stellt es sich einer mal vor, es wäre Schnee. Das ist so wie in Uncharted 2 dann. Boah, das war heftig. Boah, das war heftig. Boah, das war heftig. So, irgendwo muss man auch so sicher freundlicher werden. bei ihm wir sind salim eine inselmitte genau und schilder Oh, hoppla. Oh, wer steht denn da? Das ist eine Täuschung, oder? Ja, wie lang gehen wir denn da schon durch die scheiß Kackwüste? Hey, Junge. Das ist ein Bastard. Das ist eh irgendein scheiß Scherz.